Hat sie einen Freund. Annalena, die Leute fragen alle, ob du einen Freund hast oder ob du Single bist. Bist du Single? Ja. Ihr müsst mir eh erstmal ein Bewerbungsvideo schicken, wenn ihr meine Schwester daten wollt. Bist du frech? Nein. Okay, sag mal, dein Hobby? Tanzen. Deine Lieblingsfarbe? So pink-blau. Dein Lieblingsessen? Maultaschen und Spaghetti-Bolognese. Was magst du gar nicht an Jungs? Wenn Deutsche versuchen, einen für Ausländer zu machen. Was für Haarfarbe magst du an Jungs? Braun. Magst du große oder kleine Jungs? Groß. Ja, okay, hier ein Bewerbungsvideo. Wie soll. Und zwar von der Bewerbungsvideo. Wie soll.